Lisa Paus aus New York, die Bundesfamilienministerin von den Grünen, jetzt bei den Vereinten Nationen. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sie wollen sich für die wirtschaftliche Gleichstellung von Männern und Frauen bei den Vereinten Nationen einsetzen. Was können Sie denn dort grundsätzlich erreichen? Es ist ja so, dass die Vereinten Nationen sich 2015 gemeinsam verständigt haben auf das Ziel, dass sie die absolute Armut abschaffen wollen, dass echte Gleichstellung erreicht werden soll und beides bis 2030. Und jetzt müssen wir ja 2024 aber leider feststellen, von beiden Zielen sind wir noch sehr, sehr weit entfernt. Und jetzt bei der Frauenrechtskonferenz, da wird es eben genau darum gehen, nochmal festzustellen, dass eben leider es einen engen strukturellen Zusammenhang gibt zwischen hoher Armut und nicht existierender Gleichstellung. Ich bin fest davon überzeugt und viele Länderkollegen von mir auch. Wir haben uns heute Morgen als europäische Ministerin getroffen, dass, wenn wir eben feststellen, dass Gleichstellung ein zentraler Schlüssel ist zur Überwindung von Armut, dass wir dann auf jeden Fall weiterkommen. Genau darum wird es gehen bei dieser Konferenz. Die Vereinten Nationen haben zuletzt kein gutes Bild abgegeben, als es um die systematische Vergewaltigung von israelischen Frauen am 7. Oktober ging. Die UN haben in einem Bericht in der letzten Woche den Verdacht geäußert, dass es, den Verdacht muss man betonen, dass es zu sexuellem Missbrauch gekommen ist. Haben Sie denn eine Erklärung für diese zurückhaltende Formulierung und warum dieser Bericht so lange gebraucht hat? Es gab ja genug Zeugen und auch Bilder. Das ist ja jetzt nicht das erste Mal. Die UN hat sich insgesamt etwas schwer getan. Aber ich bin sehr froh, dass jetzt endlich, endlich heute genau dieser Bericht, der Patton-Bericht, Thema im Sicherheitsrat ist, um genau darüber zu sprechen. Aber warum fünf Monate später? Das müssen Sie die Vereinten Nationen fragen. Aber der Bericht liegt jetzt vor und ist eben gemacht worden von einer Kommission, von der Berichterstatterin Frau Patton. Das ist jetzt nicht die Menschenrechtskommission, sondern von Frau Patton. Heute ist der Tag, wo es jetzt eben im Sicherheitsrat thematisiert wird und das ist überfällig. Ich war heute Morgen in der Generalversammlung und da ist es bereits von mehreren Rednern angesprochen worden. Ja, das ist eben so. Es hat massive Verbrechen gegeben, massive sexualierte Gewalt der Hamas gegenüber Israelis. Und dass es jetzt heute endlich so weit ist, dass das Thema im Sicherheitsrat ist, das ist gut. Das ist gut so und deswegen ist heute ein guter Tag auch für die Situation in Israel. Der israelische Außenminister Katz hat sich aber auch darüber geärgert, dass der Sicherheitsrat nicht weitere Sanktionen gegen die Hamas aufgrund dessen beschlossen hat oder sich dafür einsetzt. Glauben Sie, das wird dann auch noch folgen? Also die Sicherheitsratssitzung, die läuft ja jetzt noch. Von daher kann ich denen jetzt wirklich nicht vorgreifen. Lassen Sie uns über das Demokratiefördergesetz sprechen. Die wissenschaftlichen Dienste des Bundestags, sie zweifeln in einem Gutachten an der Verfassungsmäßigkeit des geplanten Gesetzes. Ist der Bund gar nicht zuständig? Der Bund ist zuständig. Das Demokratiefördergesetz ist ja im vergangenen Jahr vom Bundeskabinett beschlossen worden. Und dem ist natürlich eine sehr, sehr intensive Prüfung vorangegangen, ob es eben mit der Verfassung zusammenpasst. Und beide Verfassungsressorts, sowohl das Justizministerium als auch das Innenministerium, haben das bestätigt. Von daher ist dieses Gutachten zwar schön und gut, hat ja nur die Möglichkeit sozusagen eröffnet. Es hat die konkrete Prüfung stattgefunden durch beide Verfassungsressorts. Und deswegen ist klar, das Demokratiefördergesetz ist verfassungsgemäß. Die FDP kritisiert aber, dass linke NGOs oder gar linksradikale Gruppierungen mit dem Geld der Steuerzahler finanziert werden sollen. Die Liberalen fordern deswegen eine sogenannte Extremismus-Klausel, damit das Geld eben nicht an die Falschen fließt. Stimmen Sie dem zu? Es ist jetzt schon dafür Sorge getragen, dass das Geld eben nicht an die Falschen fließt. Es gibt entsprechende harte Überprüfungen. Und ansonsten ist es eben so, ich lade alle auch nochmal ein, sich anzuschauen, was finanziert wird von dem derzeitigen Programm Demokratie leben. Mit dem Demokratiefördergesetz ist es ja noch ein Gesetz, was auch noch für weitere Dinge offen ist. Aber konkret geht die Kritik immer gegen das aktuelle Programm Demokratie leben. Und mit diesem Demokratie leben Programm beispielsweise unterstützen wir über 350 Partnerschaften für Demokratie in allen Kommunen. Wir unterstützen damit 15 Landesdemokratiezentren. Wir unterstützen damit beispielsweise das Kompetenznetzwerk Antisemitismus. Wir unterstützen damit beispielsweise auch eine NGO, die ausbildet, Respect Coaches, die in Schulen gehen, in der unter anderem Herr Voskuhle, ein ehemaliger Bundesverfassungsrichter, eine wichtige Rolle spielt. All das wird von diesem Programm mit unterstützt. Und von daher finde ich diese jetzt sich zuspitzende Zuschreibung wirklich völlig verfehlt. Lassen Sie uns entlang der Sache diskutieren. Lassen Sie uns entlang der konkreten Projekte diskutieren. Und entlang dessen, dass unsere Demokratie dringend eine nachhaltige Stärkung all der zivilgesellschaftlichen Kräfte braucht, die sich für unsere Demokratie einsetzen. Sagt die Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.